Was geht ab, Leute? Wir zocken jetzt wieder Schutz-Vision mit Nemo. Ja, mit Nemo und mit Vertigo. Ich habe gehört, der Vertigo ist ein cooler Dude. Du darfst gerne wieder erzählen, was wir machen dürfen. Wir müssen uns heute eine Negev ersparen und damit eine Runde durchziehen. Also beste Waffe der Welt und dann ab durch die Mitte. Genau, wie viel kostet die? Das ist die Negev. 5700. Easy. Ach, wir fangen mit 10.000 an an. Nee, gleich geht es wieder weg. Hey, Buddies. Wir fangen bei 0 an. Kinder, das müsst ihr auch lernen. Bei 0 anfangen. Haha, ja. Mach ich öfter mal. Ich habe meine Pistole weggeworfen. Tja, wenn du heute dein ganzes Money ausgibst, um dann geile Sachen zu ziehen. Weißt du was? Hier. Bye-bye, Pistole. Ich knife jetzt. Go ahead, aber heul nicht rum, wenn du tot bist. Sie kommen hier. Oh, und wir dürfen da nicht hin. Wenn das so ist... Jetzt wollte ich auch einen Knife. Einen Knifer machen. Au! Ah, die schießen. Carry das. Ich? Ja. Okay, einer. War nicht gut. Einer kommt, glaube ich, zu mir. Oh. Hinter dir. Wo ist der hier hin? Ah, stirbt doch! Nice! Ah! Ach, das bist du. Warst du so runtergefallen? Nee. Ich habe deinen panisch... äh, panischen Schrei. Okay. Panik-Schrei. Panik-Schrei. Panik-Schrei, wollte ich sagen, so. Und? Wieder Knife-Runde oder hier nicht? Ich habe schon 5300. Geil. Können wir mal gucken, wo sie kommen, dann lassen wir sie ranschleichen. Dann... Machen wir Knifes. Lauern wir sie. Äh, lauern wir auf sie. WTF Deutsch. Ich habe von... Wir lauern sie, Kinder. Passt auf. Jetzt geht's rot. Ich weiß wieder nicht, ob ich aufnehme. Also, falls ihr das Video seht. Hallo, ich habe aufgenommen. Spass. Hier. Hier ist eine gute Ansage in Kornis. Auf dem Kleid schon. Wer kommt? Ich sehe nichts, aber... Wir kommen zu dir zurück. So, du bist in der Smoke gewesen. Ich glaube, einer war die Typen. Du hast die weggekarriert, Bitch. Du kannst dir eine Negev kaufen. Schnell, schnell, schnell. Wo ist die? Unter Heavy. Bei den Shotguns und so. Und dann... Okay. Das ist auch die Richtige? Ist das die Richtige? Ja. Nicht, dass du eine M-Dings gekauft hast. 249? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da stand Negev. Und ich dachte, go for it. Okay, good luck. Was? Ist das die falsche? Nee, das ist... Bist du weg? Ja, ich meine... Du musst jetzt 5 Kills mit dem Ding machen. Pass auf, sie kommen gleich. Was bist du für Arsch? Eigentlich bist du gerade runtergesprungen. Runterziehen. Nice. Den auch. Ja, runterziehen. Runter. Ich habe immer auf seinen Pimmel gezielt, aber es wollte nicht. Du musst... Also die Negev hat, wie man gesehen hat, einen sehr starken Recoil. Das heißt, du musst eigentlich gucken, wo die Kugeln hinfliegen und dann ausgleichen. Also das siehst du. Also wicke, wicke, so schießen. Genau, du siehst richtig den Faden, wo die Kugeln hinschießen und den musst du immer so ein bisschen kontrollieren. Okay, danke, dass du mich alleingelassen hast, um das Video in die Länge zu ziehen. Das ist ein bisschen spannender. Ich meine, wie lange nehmen wir jetzt auf? 5 Minuten? Das wäre Alarm. Genau, wir müssen... Hier sind sie schon da. Action. Ja, hier sind sie. Ich muss umkehren. Ich bin aber... Schade. Wer hat mich jetzt getroffen? Ich habe mich nicht erwischt. Nein, das ist keine gute Idee. Juli, geh weg. Okay. Jetzt wollte ich auch mal rumknifen wie so ein Coolio-Mensch. Ich knife die mal nicht, damit wir weiterkommen. Damit es nicht ausartet, ne? Aber mach sie auch alle und stirb nicht. Doch. Ich sterbe. Oh Gott. Good job, good job. Die habe ich vorhin geholt und die jetzigen hast du geholt. Ein Nehmen und Geben, Kinder. Bei uns lernt man so viel. Ich glaube, das mit dem Nehmen und Geben hast du letzt schon mal irgendwann in der Mission gesagt. Ja, ich will, dass Leute sich um andere kümmern. Voll gut. Das scheint ein ziemlich eintüniger Lernzuwachs zu sein bei uns. Und jetzt mit der Neckel viel mal runterziehen muss. Und man sieht gleich bei mir zumindest negativ bei Spiel, wie man es nicht war. Stoßen wir mal vor. Ach man, warum ist hier schon wieder das Verlärm? Was ist noch? Wir können wirklich nur an dem Ort stehen und warten. Ja, weil das so beschränkt ist, der Ort. Wir dürfen ja nicht so weit laufen. Uns kommt immer... Sie sind zu weit vom Bombenplatz entfernt, kehren sie um. Vielleicht sollten wir nicht immer zum selben Spot laufen, dass einer die eine Seite deckt und der andere... Ja. Andere? Hast du Probleme mit den Jungs, oder was? Hab ich nicht. Negev Time. Nein, bei mir noch nicht, Mann. Also Neifen. Wenn du so viele hast. Hast du dich jetzt ernsthaft wieder verpisst? Willst du mich völlig verkackeiert, Mann? Do your fucking job. Ah ja. Das wird noch auf dich zurückkommen. Ja, bis nicht zu weit. Leute, auch hier Geld geben und nehmen, ja? Oh, super. Ich werde schön hinter Cover und dann... Genau, runterziehen. Oder Sprayen, genau. Tap Sprayen. Hier, Tap Fire. Nicht Sprayen. Brav. Es geht von alleine wieder runter, wenn ich aufhöre. Oder du ziehst halt runter. Oder du fängst bei den Füßen an, dann zieht's automatisch so hoch, dass er alles abkriegt. Ich ziel doch eh immer unten, deswegen ist das eigentlich die Waffe für mich. Ich will nicht nachladen. Oh Gott, du hast noch 120 Schuss. Okay, ist doch nicht eine gute Waffe für mich. Jetzt da rechts. Was tun sie da hin? Was ist wrong mit dem? Bäm, Leute! Hey! Ich hab mal was geschafft! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war wunderbar und... Schön, kurz und knackig und Julia hat mal was geleistet. Yes! Und ich muss das Video nicht kleinschneiden von 30 Minuten auf 13. Ich kann wahrscheinlich auch diesmal nicht schneiden. Yay! Vielleicht findet man sogar einen Song, der genauso lang ist wie das Video. Das wäre doch mal... Oh yes! Gut. Bis zum nächsten Video, Leute! Laters! Bis zum nächsten Video, Leute!